Hallo meine Lieben, in diesem Video bereiten wir ein unglaubliches Rezept für Kramfadern. Mit diesem Rezept werden Sie Kramfadern für immer los. Zwiebelschalen erhalten Mineralsalze, Kalium, Phosphor, Eisen, Calcium, Magnesium, Carotin, Routin, Ballaststoffe und Schwefelverbindungen. Zwiebelschalenöl ist super gut bei Kramfadern. Diese Scherz sollten jeden Haus sein, um Kramfadern loszuwerden. Schaut euch an, ich habe hier Zwiebelschalen klein gemacht, in ein Glas getan, mit 100ml Olivenöl dazugegeben. Jetzt werden wir das Glas in ein Topf geben, mit Wasser übergießen und ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze kochen. Das ist das Resultat, das ist unser supergesunde Zwiebelöl. Probieren Sie unbedingt dieses Rezept aus. Ihre Beine werden Ihnen danken. Machen Sie dieses Rezept so lange, bis Kramfadern verschwinden. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Machen Sie das Rezept so lange, bis zum nächsten Mal.